Der Krebs beginnt nicht bei den Mutationen in den Zellen. Über das reden zwar alle Ärzte, diese Mutationen, aber dort beginnt er nicht. Die Mitochondrien machen die Energie innerhalb der Zellen. Aber sie können auch das Material herstellen, um neue Zellen zu erstellen. Und bei Krebs wechseln sie stark von Materialherstellung zur neuen Herstellung von Zellen. Die Mitochondrien-Bakterien sind wie DNA-Bakterien. Und sie sind zerbrechlicher als die DNA im Zentrum der Zelle, die du bekommen hast von deinen Eltern. Und sie sind viel anfälliger für Verschmutzung. Sie leiden auch unter den freien Radikalen. Und Elektroden und Sauerstoff fehlt dadurch. Und so verbrennen sie schneller als der Rest der Zelle. Also wenn diese Zellen dann kaputt sind oder beschädigt sind, dann gehen sie zum Kern der Zelle. Und das ist, wo diese Mutation der Zelle beginnt. Also müssen wir mit der Mitochondrien beginnen. Excellent book. Super Buch. Really good. This explains this metabolic theory. So this is the new theory. The metabolic theory of cancer instead of the genetic theory of cancer. It starts with the mitochondria, then the genetics. Es beginnt mit den Mitochondrien, es endet bei der Genetik. This is where I usually write on the board. Hier schreibt er normalerweise an die Tafel. This is so interesting. Das ist super interessant. Normal cell. Normale Zelle. Normal genes. Normales Gen. Cancer cell. Krebszelle. Mutated genes. Veränderte Zelle. If you take that, put it here. With a normal cell. In die normale Zelle. With abnormal nucleus. Mit normaler Struktur. Genes. Genes. Normal growth. Dann wächst sie normal. Ah. Normal genes. Inside a cancer cell. In einer Krebszelle. With the bad nucleus gone. Mit dem schlechten genetischen Material. Cancer. Ergibt Krebs. Here. What's driving the cancer is not the mutations. It's something in this part of the cell. It's something in this part of the cell. It's called the cytosol. The liquid part. It's called the cytosol. The liquid part. So why say mutations cause cancer? They follow as cancer gets established. They follow as cancer gets established. Because when Krebs entsteht, then follow the mutations. So. Damaged mitochondria. The mitochondria. Signals to the nucleus. The mitochondria. Signals to the nucleus. Changes in the switches on the genes. Then mutations. Daraus folgen the mutations of chromosomes. So it starts with metabolism. Es beginnt mit Metapolismus. Je mehr Mitochondrien beschädigt oder verloren sind, je schneller wächst der Krebs und verbreitet sich.